Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Letzte Folge haben wir die Pyramidenkopfe erledigt, standhalten lassen, haben Eier eingesetzt und waren glücklich darüber. Und so wie es scheint, haben wir das Hotel damit verlassen und wir haben keine Karte von diesem Gebiet. Wir wissen nicht, wo wir uns befinden. Aber ich denke, wir werden irgendwo schon sein. Novo, das ist jetzt natürlich die große Frage. Eingang, dem wir auf beiden Seiten gehen können, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hier die Treppen hoch. Irgendwann wird ja hier schon passieren. Ja, zum Beispiel, dass er die Treppen nicht vernünftig hochgehen kann, weil er immer wieder überall anheckt. Komischer Typ. Du musst immer überall anhecken. Ach, komm schon, lauf doch jetzt einfach mal hier die Treppen hoch. Wie lange ist denn der Gang hier noch? Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Also, ich weiß, ich bin in Silent Hill, aber wo in Silent Hill? Und warum ist das hier alles so merkwürdig? Und, hä? Wo bin ich jetzt zum Teufel? Also, zurück scheint es definitiv nicht mehr zu gehen. Da ist ihm gerade die Treppe einfach mal runtergefallen. Und Ich scheine mich in einer Fabrik zu wirf... Oh, wen haben wir denn da? Mary? Angela? Anaconda? Wer bist du? Laura? Erwachsen? Mary? When will you ever stop making that mistake? Mary is dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No, I won't let you. You deserve to die to James. Okay, das scheint jetzt der Endboss zu sein. Und ich denke, ich werde ein bisschen von ihr wegbleiben. Iiii. 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 Was soll denn diese Rahmen? Hör auf damit. Geht's wohl nicht mehr ganz gut hier, oder wat? Ähm. Ja, das. Äh. Ich, äh. Wir kommen hier von einem Boss zum nächsten. Wo ist sie? Da. Äh. Ja, toll. Wie sollte ich denn... Kann man diese Rahmen überhaupt erledigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich hier gerade sehr gerne auf sie schieße und... Iiii. Ich bisher noch nicht wirklich viel Schaden genommen habe. Und hier auch erfolgreich überall langlaufen kann. Und ich jetzt erstmal hier die Waffe wechsle. Ja, ist doch gut. Geht weg. Nein, ich wechsle jetzt die Waffe nicht. Sie steht eben gerade so schön vor mir. Oh, okay. Doch, ich habe die Waffe gewechselt. Ich habe das Wechsel aus Versehen in der Hand genommen. Äh. Ich weiß nicht, ob ich damit... ...guten Schaden an ihr fahre. Ja, ich fahre guten Schaden an ihr. Sie sagt die ganze Zeit James. Ach so, ich kann... Ach so. Ach, ich stehe hier noch neben. Ich könnte sie jetzt erledigen. Soll ich sie erledigen? Ich weiß es nicht. Ach, weg damit. Fuh. Hätten wir sie jetzt eigentlich in zwei geschnitten mit, mit dem Messer. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James. If that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait. Wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here. Waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling. And all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really